Und Berlin bringt mich auch zum nächsten Künstler des Abends. Was für ein Übergang. Da kommt der Herr. Er ist Jongleur. Punkt. Ja, das hat ihm aber irgendwann nicht mehr gereicht. Und er wollte nicht, also er wollte mehr. Er wollte nicht nur nach den Us und As haschen, so wie ich bei meinem Übergang. Bei ihm ist es inzwischen Kunst und er hat eine Antwort auf die Frage, oder stellt die Frage, wir bewegen uns, aber was bewegt uns? Das klingt sehr spannend. Schaut es euch einfach an. Hier ist für euch aus Berlin Stefan Sing. Applaus 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 Vielen Dank. Applaus Applaus